Em 2012, Halbfinale, was geht ab? Italien gegen unser Team, wahrscheinlich wird es eher knapp. Ich mag Eis und Lasagne, ja, ich liebe Pasta, doch wir hauen euch heute raus, das ist beschlossen, basta. Esano, Pielo, Balotelli, was für schöne Namen, diesmal helfen die euch nicht. Wir kennen keine Barmen, Löw, du geile Sau, hast die Jungs fit gemacht. Auf geht's Männer, lade Pfosten, Tor, seht zu, dass es kracht. Em 2012, hallo Fußballgott, Em 2012, diesmal holen wir uns den Pott. Em 2012, mach die Pille rein, Deutschland wird Europameister sein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.